Ein Renault Twingo mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Vier Personen haben in dem wendigen schwarzen Fünftürer Platz. Der Kleinwagen bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Servolenkung und noch vieles mehr. Das 5-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 69 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 5,0 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Klageben